Herzlich Willkommen auf Masus Clash Channel! Lange haben wir alle darauf gewartet, dass es endlich neue Informationen zum neuen Rathaus Level 11 Helden gibt und heute ist es endlich soweit, der Grand Warden wurde heute vorgestellt. Zu deutsch heißt das ungefähr so viel wie Großer Wächter, wenn man das mal ganz grob übersetzt und wir schauen uns den jetzt erstmal etwas mehr im Detail an. Hier sehen wir ihn in seiner vollen Größe. Wie von vielen erwartet sieht er wie ein Magier aus, hat einen großen dicken Schmöker in der rechten Hand und einen Stab in der linken mit einem schönen glimmernden Stein obendrauf. Sehr sehr interessant finde ich seine Bauchbinde, die mit diesem Schild, das man auch von dem Dorfbeschützer her kennt, geziert ist und auch seine Hörnchen finde ich ein ganz cooles Accessoire. Alles in allem sieht er ungefähr wie erwartet aus, aber doch irgendwie cool und unerwartet. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir schauen jetzt mal weiter, wie er denn so vom Infosheet her aussieht und zwar ist er maximiert auf Level 20 und er kann nur mit Elixir immer verbessert werden. Er macht insgesamt 110 Schaden auf dem maximalen Level und hat nur 2000 Hitpoints, also 2000 Lebenspunkte. Das ist relativ wenig Schaden und relativ wenig Lebenspunkte für einen maximierten Helden. Aber warum das so ist, das erkläre ich gleich. Sein Fähigkeitslevel ist Level 4, heißt er wird auf Level 5, auf Level 10, auf Level 15 und auf Level 20 praktisch seine Fähigkeiten bekommen. Und sehr interessant ist hier, dass er sowohl Boden als auch Luft angreifen kann, aber er greift am liebsten alles an. Und jetzt sehen wir ihn mal hier live in Action, beziehungsweise es ist nur ein Standbild. Aber hier bewacht er gerade seinen schönen Thron und läuft da herum. In-Game sieht er auch super aus und sein schöner Mantel flattert, wenn er rumläuft. Finde ich sehr sehr süß gemacht und das ganz besondere an ihm ist, dass er nicht nur auf dem Boden stehen kann, sondern er kann auch fliegen. Man kann auf seine Base drauf tippen und sagen, er soll jetzt praktisch in den Flugmodus gehen oder wieder in den Bodenmodus, genauso wie bei den Skelettfallen zum Beispiel. Heißt, man kann ihn praktisch einstellen, je nach Angriffstaktik, die man sich ausgesucht hat. Wenn man jetzt mit Drachen angreift oder mit Lavaloon, kann man ihn auf Flug stellen und mit ihm dann in der Luft angreifen. Oder wenn man mit Go-Wipe angreift, kann man ihn auf Boden einstellen und er hilft den Bodentruppen. Helfen ist auch ein sehr sehr gutes Stichwort, denn seine Fähigkeit ist ein riesiger Kreis, der allen Truppen darin mehr Lebenspunkte verschafft, aber nur solange sie innerhalb dieses Kreises sind. Heißt, hier seht ihr ihn zum Beispiel mit seinem wirklich wirklich großen Kreis und alle Drachen, die jetzt innerhalb dieses Kreises sind, haben mehr Lebenspunkte und überleben dadurch natürlich auch deutlich deutlich länger. Wenn sie aber rausgehen aus dem Kreis, verlieren sie diese Lebenspunkte wieder. Er selber fliegt diesen Drachen hinterher und er wird immer den Truppen folgen, die die meisten Lebenspunkte gerade in seinem Bereich haben. Heißt, er fliegt ihnen hinterher und greift dann dieselben Verteidigungen und dieselben Gebäude auch an, die die Truppen vor ihm angreifen. Bleibt dabei aber immer etwas weiter hinten, damit er selber geschützt ist und er hat ja auch weniger Lebenspunkte und macht auch weniger Schaden. Heißt, er ist mehr so ein Supporter, wie viele auch schon erwartet hatten. Jetzt sehen wir hier noch ein Bildchen, wo er weiter drin ist und gerade seine Fähigkeit aufgerufen hat. Die Fähigkeit heißt Eternal Tome, zu deutsch so ungefähr wie Unendlicher Wälzer, was natürlich auf sein Buch anspielt. Seine eigentliche Fähigkeit, die passive Fähigkeit heißt übrigens Life Aura, also Lebens Aura. Und wenn er seine besondere Fähigkeit einsetzt, dann werden alle Truppen in seinem Fähigkeitskreis kurzzeitig unbesiegbar. Heißt, sie nehmen keinen Schaden mehr, egal von welcher Verteidigung, egal von welchen Fallen. Außer Sprungfallen sind trotzdem noch effektiv. Aber zum Beispiel Bomben machen ihnen keine mehr Schaden, Luftminen machen ihnen keinen Schaden mehr und auch Infernotürme machen ihnen keinen Schaden mehr. Zudem können sie, während sie in diesem unbesiegbaren Modus sind, geheilt werden, auch wenn sie unter dem Einfluss von einem Infernoturm stehen. Das könnte zum Beispiel für Schweine sehr, sehr interessant werden, da diese dann sowohl gegen riesen Bomben geschützt sind, als auch von den Infernotürmen nochmals geheilt werden können. Sehr, sehr interessant und ich glaube, diese Truppe wird auf Rathaus Level 11 wirklich alles, alles ändern. Alle Angriffstaktiken werden von diesem neuen Helden unterstützt werden und ich glaube, das wird ein deutlich anderes Spielerlebnis werden als auf Rathaus Level 10. Was man aber auch noch bedenken muss, ist, dass der Held je nach seinem Modus von den jeweilig passenden Fallen angegriffen wird. Heißt, wenn er im Flugmodus ist, wird er von Luftbomben und Luftminen attackiert und wenn er auf dem Boden ist, natürlich von kleineren Bomben, großen Bomben und sonstigen. Jetzt springen wir nochmal weiter zu einem kleinen Bildchen, wo wir ihn live in Action sehen. Und zwar feuert er diesen länglichen rötlichen Flammenstrahl aus seinem Stab heraus auf die gegnerischen Gebäude, macht dabei aber nicht wirklich viel Schaden, da er ja eher als Unterstützer gilt. Das war's schon wieder mit dem heutigen Sneak Peek. Heute wurde der Held thematisiert, wie er sich beim Angreifen verhält und morgen wird es eine Episode dazu geben, wie er sich beim Verteidigen verhält. Also anscheinend hat er besondere Verteidigungsmoves, die auch noch ganz interessant werden können, wenn man denn mit seiner Base verteidigt. Das war's wieder von mir und ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf Masis Clash Channel. heartfelt ствfs损 powerful und 풍ricke und 间